So, ich war jetzt gerade auf dem Revier, da war auch mein Lieblingsbeamter da, das nahm ich jetzt gerade nicht weiß. Als ich gefragt habe, wie es aussieht, wenn wir unser Zelt heute aufbauen, also erst mal meinten sie, dass es nicht in Ordnung ist, weil es Landschaftsschutzgebiet ist. Auf die Frage, warum denn im Landschaftsschutzgebiet dann eine komische Brücke gebaut werden können, wussten sie auch keine Frage und meinten einfach nur, ich soll nicht solche Fragen stellen. Der, die, das, ditte, der, die, das, ditte, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm. Ja, wir machen das trotzdem. Irgendwie meint der Ordnungsamt oder Polizei kommen dann, wenn sie kommen. Und dann werden wir einfach mal weiterschauen, was dann passiert.